Hallo, ich heisse Rosemary Villa. Ich arbeite an der Entli-Bucher Musikschule, an der Musikschule Ashley Smart und Malbach Keyboard. Ich zeige euch ganz schnell, wie das aussieht. Hier habt ihr Instrumenten-Auswahl und hier habt ihr Steil-Auswahl. Ich gehe jetzt ganz ganz rasch drauf und stelle euch das ein, damit ihr einfach mal eine Idee habt. So, jetzt haben wir das. Ich hoffe, ich habe euch als Interesse geweckt und es wird mir riesig freuen, euch an der Musikschule wieder zu treffen. Tschüss! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.